So und willkommen zurück bei der nächsten Folge Let's Play Minecraft hier noch in unserer Höhle und wir werden, wenn wir die Kohle abgebaut haben, uns dort hochbauen, denn dort sah es aus, als würde es noch weitergehen. Einfach mal schauen, was wir dort noch finden und wenn ich mich nicht irre, sind wir jetzt schon seit vier Folgen oder so in der Höhle. Ich muss sagen, ist jetzt nicht das Problem, hoffe ich, denke ich, weil ja wie schon mal erzählt, denke ich, dass ich da zwei Folgen am Tag raushauen werde. Bei A sind jetzt zehn Minuten, nicht wirklich lange und B ist da unten Lava. Ah, nächste Schlucht. Ah, hier unten, wenn da Lava ist, könnte dort auch Gold sein. Hm, 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 gut. Gut, machen wir erst mal so. Oh, ha, halleluja. Gott, um Gottes Willen. So, den Block und hier oben die Blöcke. So, am liebsten würde ich jetzt mal das ganze Zeug hochbringen. Hm, wir sind jetzt bei 53. Äh, Holz. Gut, da stelle ich hier mal ganz kurz das Crafting Table her. Und mache hier mal ein paar Leitern. So. 15 Leitern und damit bauen wir uns hier mal nach oben. Moment, da machen wir nochmal einen kleinen Schutz hin gegen eventuellige Monster. So. Halt, die nicht. Und hier nochmal. So. Halt, da, 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 da. Und noch eine Tür, nur für den Fall der Fälle. Damit hier ja nichts von hinten angescheißert kommt. Gut, es dauert jetzt ein Stückchen länger, das Abbau. Und ich weiß, das ist aber jetzt erst mal so. Und hier einfach mal wieder ein Fackel reinsetzen. So. Und. 2, 3, 4. Halt, eine noch. So. Also ich höre den Regen, das ist... Ne, es könnte ein gutes Zeichen sein, weiß ich gerade nicht. Aber eigentlich ja schon. 3, 4, 5, 6. Ah, okay. Sind wir doch fast raus. So. So, nochmal 6 Leitern. Da schaffen wir dann mal den ganzen Krempel weg. Jetzt müssen wir mal was wieder warten, bis Tag ist. Gut. Ich würde sagen, da ich jetzt hier nichts cheate, würde ich die Aufnahme mal unterbrechen, warten bis Tag ist und dann nehmen wir weiter. Au, oder? Oder, oder, oder. Ach nee, komm, wir haben Zeit. Wir haben doch hier Zeit. Da bereite ich ja schon mal den Abstieg vor. Wie wir das denn hier machen. So. Und dann hier die Erde hin. Und dann hier die Erde hin. Und dann hier erst mal noch der Abfluss. Gut, ein was, ein was, ein was, halte ich einfach aus Prinzip, da mache ich das hier. Bisschen anders. So. Und hier oben das bauen wir noch vernünftig zu. So. So. Und fackeln halt. Und es ist Tag geworden. Das heißt nichts wie hoch da dem Regen entgegen. in unser kleines Häuschen. So. Ähm. Da lang. Da lang. Und da links. Und da links. Ah. Butschi spinni. Und leck mich am Arsch. Creeper. Mama. Ah. Butschi spinni. Spinni spinni. Spinni. Creepy creepy. Pff. So. Zombie. So weg. Ah. Ach du dämliche Sackesicht. Ab und Zombie. Lass mich in Ruhe. Wow. Nein. Ich will nichts gesagt haben. Aber. Creeper sind nervig. Meine Fresse. Ah. Ja. Schnauze. Mann. Geh doch einfach nur mal zu meinem Haus. Es ist doch nun nicht so viel verlangt. Ach. Und da sind wir zumindest mal in unserem Haus. Ach. So. Ach. Geschafft. So. Kohle. Eisen. Das. Das. Den Setzling. Den Kies. Bogen und Pfeil behalte ich einfach mal. Knochen. Können auch noch mit rein. So. Dann bauen wir uns erst mal noch einen. Oh. Oh. Haufen. Ah. Jetzt habe ich den Ausgang nicht markiert. Ach. Mal. Äh. Okay. Da würde ich dann sagen in der nächsten Folge. Da die ja gleich wieder rum ist. Gehen wir wieder zu dem Ausgang zurück. Stellen uns unten rein. Äh. Ja. Und dann gehen wir vielleicht schon mal runter in die Spalte. Mal gucken. Und. Da ich ja das gerade so schön kann. Beende ich erstmal diese Folge. Und. Bis zur nächsten. Wenn es wieder heißt. Let's play Minecraft. Tschüss.